Die wir am Bachen sehen werden, bis auch dann hier das Endergebnis der Qualifikation feststehen wird. Und ich muss ja sagen, ich kann es kaum erwarten. Aber mit einer Polin darf ich mich noch gedulden müssen, bevor dann vielleicht ein kleines Feuerwerk entzündet wird. Und da haben wir 10,633 für die Polin, somit Rang 19 im Zwischenklassement und grünes Licht für die zweite Polin, Emilia Külczynska. Ja, wenn ich das richtig gesehen habe, wollen wir den ersten Mongolen auf dem Pferd gehabt. Rang 9, 13, 7, 0 und wir sind mal gespannt. Vielleicht hast du mal ein Auge drauf. Wir sind ja beide gespannt gewesen, wie die Mongolen sich auf dem Pferd zuschlagen.